Hallo und herzlich willkommen zu Runde 11 der WCS Winter Replay Series. Wir haben nochmal ein ZVT und ja, wir haben dazu einmal die Sorgspielerin hier in Rot. Es ist Scarlet. Gerade jetzt nicht mit dem Reaper rumzuschlagen und diese Reaper gehört dem Terranich in Blau. Es ist Time. Und die beiden sind Teamkollegen. Beide sind beim Team Nubi. Und ich weiß leider nicht, wie viel die beiden miteinander trainieren. Jetzt, da sie im gleichen Team angehören. Ich weiß, dass Scarlet ein bisschen Zeit in China verbracht hat. Mit dessen gibt es hier gerade noch der Reaper. Versucht die Drones zu blockieren und schafft es auch erstmal. Holt noch ein bisschen was in Zeit raus. Von der dritten Hedge. Scarlet kann die jetzt schon nicht setzen. Der Reaper nervt noch immer. Linge Yen rennet erfolglos hinterher. Und bisher Time kann da einen guten Job machen. Den Reaper einfach hier behalten. Aber Speed Upgrade kommt und dann wird der Reaper wohl ein Ende finden. Und ich bin jetzt jetzt auch näher und näher dran. Die Drone hat sich ein bisschen regeneriert und das setzt jetzt hier einfach die Erdsch. Damit das Thema hat sich erledigt. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass Scarlet in China war. Ich weiß aber nicht, wie viel die beiden da miteinander trainiert haben. Wie viel Scarlet in der chinesischen Ladder spielt. Wie viel Time in der koreanischen Ladder spielt. Ich glaube, der Ping sollte nicht so miserabel sein. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Netzwerk aussieht. Das ist immer so eine Sache mit China und auswärtigen Servern. Daher sind mir die Informationen, fehlen mir leider. Ich kann es euch nicht sagen, wie oft, wie viel die beiden miteinander spielen. Wie gut sie die Strategien des anderen kennen. Bisher sieht ja alles ganz normal aus. Wir sehen hier den Starport mit dem Viking. Kümmern sich da mal um die Scouting-Overlords. Scarlet hingegen mit der dritten Hedge-Speed-Upgrade. Ein paar Dinge kommen nochmal wieder zu. Und mehr Creep wird gesetzt. Scarlet als der richtig gute Creep-Spielerin. Das wird nicht allzu lange dauern. Aber es sind ein paar Helions da, die sich damit befassen können. Aber wir sehen bei Scarlet nochmal mehr Queens. Nummer 5 und 6 wird gerade gebaut. Und beim Tarana gibt es noch ein Siege-Denken mit dazu. Die Linge werden mal rausgesandt. Scouten ja nach der dritten. Scouten in die Natural. Aber waren die vermutlich auf die Helions treffen. Ja, die sind nämlich auch gerade unterwegs. Und da wird einmal übel durchgebrannt. Die Linge erreichen gar nichts. Sie sehen zumindest noch die dritte. Sie sehen, dass keine dritte hier an Ort und Stelle steht. Aber so wertvoll ist die Information jetzt für Scarlet leider auch nicht. Und auch hier nochmal ein Beiträderling, der am Scouten war. Wird rausgesnipet. Und Time damit macht sich auf die Reise in die dritte Basis von Scarlet, wo der Leer-Tag tatsächlich entsteht. Interessante Position für den Leer. Wird auch direkt gescoutet. Kennt man ja sonst eigentlich eher in der Main-Base. Aber Time hier tatsächlich stellt das Ding direkt in ihre dritte Basis. Und holt sich natürlich jetzt noch mehr Drones. Ein Baning-Nest kommt mehr dazu. Die Queens werden dessen die Fanta-Ling-Lelions kriegen. Den ersten machen auf den Seiten sehr viel Damage. Aber die Helions-Ponger kann einfach nur Creep-Tumore loswerden. Sind aber dabei nicht so mega erfolgreich. So, man sieht hier geht es auf die Rocks. Scarlet will sich den Weg aufmachen. Und Time ist hier noch immer unterwegs. Sucht noch mehr Harassment zu machen. Aber so viel gelingt ihm da leider auch nicht. Und wir sehen jetzt aber, geht es weiter bei Time mit mehr Winforcement-Einheiten. Mit zwei Panzern, mit Marines. Stim ist nämlich drauf. Plus eins Attack kommt noch. Das Viking-Venterson hat zwei Kills sich geholt. Die Queens immer noch arbeiten mit den Längen zusammen an diesen Rocks. Weil Scarlet will diesen Weg haben. Weil die Panzer hier siegen, hätten wir doch gar nicht diesen Weg offen, mit Längen-Stellern die Panzer ranzukommen. Und hier drüben wird nochmal die dritte gescoutet. Die kommt eben spät. Das heißt, Scarlet weiß, dass da auch eine Attack rüberkommt. Die wird jetzt auch Auto-Keep sehen. Aber es sind bereits 22 Klinge im Bau. Bainings-Nest ist auch da. Es kommt Bainings-Speed und 1-1. Aber das wird beides für das erste Engagement hier erstmal nicht fertig werden. Panzer werden nicht gesiegt. Die Rocks sind offen. Die Queens sind da. Kann Scarlet das gut defensen? Du musst natürlich gucken, dass sie an die Panzer rankommen. Ist noch zwei Medivacs mit dabei. Panzer werden umgesiegt. Viking landet auch, weil in der Luft eh nichts wichtiges ist. Und jetzt geht es drauf. Scarlet kommt tatsächlich von einer einzigen Seite in Einstieg, dass die Linge über den Norden einmal runter richten. Und die Bainings-Nest. Die Bainings-Nest crashen komplett in den Panzer. Der Panzer tankt den ganzen Bainings-Schaden weg. Und Scarlet nimmt da sehr, sehr viel Damage dran. Die Queens versuchen trotzdem wieder durchzuschauen. Ein paar Bainings-Nest kommen wieder zu. Die Linge versuchen hier die Panzer zu surrounden. Die Panzer sind aber noch am Leben. Die Bainings werden weniger Stimmen jetzt hier gegen die ganzen Queens. Die Queens werden Stück für Stück rausgesnipet. Aber auch die Bainings werden weniger bei. Die haben nicht mehr so viel Damage. Bei Scarlet kommt nochmal dreiß die Klinge nach. Aber sie hat nur noch drei Queens. Das hat also schon richtig übel gelitten. Und Time macht hier weiter Druck. Nimmt nochmal zwei Queens raus. Hier geht es nochmal weiter. Die Queen leitet auch nochmal. Time kaltet sich nach hinten. Hat jetzt noch Combat Shield und Plus Eins Attacken mit dabei. Scarlet hingegen hat Bainingspeed. Aber noch keine Baininge gerade über die. Kommen aber gleich. Vielleicht sind die ersten Baininge wieder mit dabei. Und es sind nicht so viele Marines. Und die Panzer können dann easy von den Lingen surrounded werden. Also Scarlet muss eigentlich nur einen guten Baining-Connect auf den Marines kriegen. Aber da kommt der Scan. Da werden ein paar Queens rausgenommen. Vierte Basis steht hier drüben auch schon. Also in Kornomitänisch wollte Scarlet eigentlich schon ordentlich weiterbauen. Muss aber immer noch hier defenden. Auch wenn ihr nicht vor der volle Rally kommt. Denn viele Einheiten sammeln sich auch schon in der Natchpool. Aber hier die Belagung ist noch immer gefährlich wie man sieht. Und kann auch immer versuchen so effizient wie möglich zu sein. Jetzt geht es wieder drauf mit den Lingen mit den Baining. Und da sollte Scarlet doch genug haben. Kriegt den ersten Panzer raus. Der zweite Panzer versucht mal die Baininge zu targeten. Kriegt auch einen richtig schönen Schuss in die Baininge. Marines kiten nach hinten. Und somit hält Time weiter in seinen Marines und seinen Mediwags auch am Leben. Und kann nochmal auf die dritte hier gehen. Die gerade eine Queen baut. Vier Queens wurden parallel gebaut. Einstattdessen geht es hier auf den Creepsbred. Und der wird gekehrt. Jetzt die Queen mit den Lingen und dem 1-2 Bainingen. Sollte doch reichen. Jetzt fliegt Hitpoints. Da kommt nochmal der Inject. Aber Scarlet, sie will das normalerweise schon verteidigen. 1-1 ist bei ihr jetzt auch drauf. Hat also momentan den Upgrade-Vorteil auf dem Carapace-Upgrade. Und demnächst hier, der Heel auch auf dem Mediwags wird weniger. Also irgendwann kommt da auch nichts mehr an Heel raus. Baininge versuchen hier ranzukommen. Da kommt nochmal schön der Fokusfeier auf zwei der Baininge. Der Rest der Einheiten boostet hier weg. Aber eben man sieht hier Times Next. Die Armee ist bereits unterwegs. Und Scarlet versucht gerade auf den Spire zu kommen. Hat aber 2-2 unterwegs. Das ist im Timing auch ziemlich gut unterwegs. Also sie wird jetzt 2-2 haben. Bevor der Barane jetzt 2-1 hat. Aber den 1-1 Ausgleich wird es gleich geben. Und damit sind die Milins nicht mehr im Upgrade-Nachtrag gegen die Linge. Währenddessen mehr Lingen, mehr Baining für Scarlet. Sie haut alles an Ressourcen raus. Und hier ist jetzt eben der Leertag gerade auch unbedroht hier vom Panzerfeuer. Weil der Leertag an der dritten Basis steht. Scarlet sammelt immer noch mehr. Versucht einfach das Engagement hinaus zu zögern. Der will auch nicht so aggressiv pushen. Der stellt sich ja auch so defensiv auf. Jetzt kommt die Baining-Welle. Dinge gehen auf den ersten Panzer. Baininge werden nochmal gesplittet, um an die Marines ran zu kommen. Da ist noch einiges an Creep. Und da wird noch ein Teil der Marines abgerollt. Diese eine Creep-Toma tatsächlich war noch mega wichtig für Scarlet. Hatte den Speedbooster ziemlich am Leben erhalten für die Baininge. Und hier geht es nochmal auf die Marines, die sollten ausgeladen werden. Aber da sind zu viele Marines und Baininge drunter. Trotzdem Time. Er hat eine weitere Armee beisammen. Er geht hier auf Liberator. Holt sich nochmal neue Production mit dazu. Drei Basen laufen auch bei ihm. 78 zu 64 in den Work. Und Scarlet hat aber auch eine vierte Basis. Und auch schon einige Drones dran. Und auch der Creep-Set wächst wieder. Da kommt eine fünfte, die wird das aber nicht lange überleben. Und Scarlet zieht die Marines auch leider noch gar nicht. Gerade so. Sind gerade so außerhalb der Sichtreiweite vom Creep-Toma. Und währenddessen gehen auch noch die zweite Truppe kommt hier unter. Nimmt hier mal den Creep-Toma raus. Allerdings ein Scan für den Creep-Toma ist jetzt nicht so toll für den Terran. Liberator begebt sich auch auf die dritte Basis. Und tatsächlich Time. Er holt sich zuerst den Creep und jetzt noch die Basis. Und das sollte auch klappen. Die Basis wird aber gecancelt. Der Liberator in Dessen wird von der Queen gespuckt. Aber er sollte die raussnipen. Ja, zwei Hits. Thema erledigt. Scarlet werden es jetzt beschäftigt mit dem Drop hier oben. Kriegt aber da einen Teil der Marines. Die wurden gerade nicht direkt eingeladen. Es starben drei Drones. Und ein paar Marines waren jetzt hier auch noch reingedroppt. Die dritte Basis hat jetzt hier doch ein bisschen Probleme. Mit dem ganzen Marine-Feuer-Power. Mit dem Liberator, der jetzt an die Natural rüber wechselt. Scarlet hat die sieben Drones momentan. Time macht hier einfach weiter Damage. Das ist in der Main-Base jetzt reingegangen mit diesem Drop. Aber der wird so ziemlich gecleared. Nein, die Medivics leben noch. Kaum Hit-Points. Aber sie leben noch. Die Queens laufen hinten ran. Und jetzt, oh, die Queens kriegen doch beide Medivics am Ende. Der Liberator ist inzwischen auch down. Neun Drones sind gefallen. Scarlet schadet mal einen Gegenattack. Baut auch gerade acht Mutalisten. Der erste Panzer, der surrounded wird. Kann aber nochmal im letzten Moment eingeladen werden. Und Time sieht sich jetzt mit Link-Banning-Muta konfrontiert. Geht selber auf sein 2-2. Zweizeit bei Scarlet ist drauf. Da kommt noch Plus-1 Flyer-Weapons. Und wir haben das Drilling-Clause-Upgrade gerade für die Widow-1 mit dabei. Hier drüben jetzt die Mutas sind unterwegs. Sind aber nicht so zahlreich. Missile-Tuts aber auch noch nicht fertig. Also hier ist noch Schaden drin in den Netsch-Bab. Die Marines sind nicht so weit weg. Ich kann also recht schnell hier eingreifen. Es starben vier SDVs. Und Scarlet bringt ihre Mutas nochmal raus. Und das sind wirklich einige Mutalisten inzwischen auf dem Feld. Mit 17 Stück. Und die Mutas machen auch ordentlich Schaden. Man sieht ja das nächste Missile-Tut, dass nix wird. Netsch-Bab kann wieder angeflogen werden. Die Mutas einfach wechseln hier zwischen den Baden. Basen fröhlich durch. Und nutzen ihre Mobilität. Der Terraner kann immer noch hinterher. Ist denn hier kommt der Link-Ram bei. Bei einigen noch nicht ganz mehr dabei. Jetzt muss nach hinten gekaltet werden. Panzer wird gesiegt. Schmings versuchen nach hinten zu fliehen. Aber Scarlet rollt hier trotzdem rein. Reicht das hier oft? Okay, das ist die Frage. Es gehen viele Marines da. Und es gehen auch einige Link-Ram. Bei einigen dann Widow-Mains schlagen nochmal ein. Aber treffen auch die eigenen Wände-Extern. Dann müssen nochmal ein weiterer Milo-Mains dazukommen. Hier sind auch nochmal zwei Widow-Mains. Warten auch nochmal schön genutzt. Die eine Widow-Main trifft richtig gut. Die zweite auch trifft hier nochmal die ganzen Lingen und Banning. Und damit die Mutas sind jetzt hier am Leine am Fighten. Und das reicht nicht ganz hier für Scarlet. Stattdessen macht sie den Surround auf. Das PF, das im Bau war. Und das wird auch abgerissen. Ein komplettes Command-Center-Feld. Aber Scarlet kostet das auch einiges an Erheiten. Aber auch Time hier komplett. Sein Army-Supply wurde mal runtergekegelt. Er hat die Widow-Mains noch. Das ist noch gar nicht so schlecht. Aber er hat trotzdem massiv gelitten. Man sieht hier, das Engagement war ziemlich ordentlich. Beide Tropen krassem Supply. Und Scarlet hat immer noch ihre teuren Mutas am Leben erhalten. Das war wichtig. Und da kommen auch nochmal mehr. Wir gehen hoch auf 23 Mutas. Wenn das dann kommt, der Hive-Tag plus 1 Fly-Attacks ist gleich noch mit dabei. Wir machen die Mutas nochmal mehr Damage. Und die vierte Basis. Da fliegt jetzt einfach das Main-CC an die Position. Man-Bis hat noch ein paar Mineralien übrig. Aber Time sagt sich, nee, ich will die volle Basis direkt haben. Und neues Command-Center bauen dauert mir zu lange. Wir machen das einfach auf drei Basen und fliegen die rüber. Mutas sind wieder mal unterwegs. Das Missile tut hier so wieder nicht fertig. Widow-Mains werden gesnipe, bevor sie sich eingraben können. Die wollten hier gerade in Position gehen. Thor muss jetzt aushelfen. Widow-Mains kommt neu mit dazu. Die Ebay wird hier angegangen, die das plus 3 Attack erforscht. Aber wird nochmal am Leben erhalten. Plus 3 Armour tatsächlich nicht unterwegs für Time. Sondern nur plus 3 Attack. Und wir lassen hier Widow-Mains schlagen noch einen auf die Mutas. Die haben keinen Overseer mit dabei. Und kriegen dafür prompt eine Runde Schaden ab. Aber der Großteil überlebt hier. Und das ist ein Scarlet hier oben defended gegen den Trupp, der ein bisschen den Creep rausgenommen hat. Und wir haben plus 2 Fly-Weapons durch. Und hier wurden auch wieder Widow-Mains positioniert. Mal sehen, wann Scarlet hier tatsächlich eine Overseer mit dazu hat. Momentan fehlt hier noch das Speed-Upgrade für die Overlords. Das kommt jetzt aber auch. Wir lassen ein paar Länge rennen hier rein. Offen sich ohne Großes zu erreichen sehen. Zumindest, dass hier ein Panzer steht. Ja, Scarlet's Creep ist massiv gewachsen. Zeit sich hier Time unter Druck setzt. Aber Time hat auch wieder eine starke Army aufgebaut. Plus 3 Attack ist in Kürze mit drauf auf der Bio. Und da geht's jetzt nochmal ran. Kurzes Engagement. Die Widow-Main trifft auch wieder ganz ordentlich. Hat eigentlich einige Kills damit gesammelt. Ist auf 17 momentan. Und die Mutas stattdessen wechseln jetzt hier auf die dritte Basis. Mit dem Steinen Country-Prepare. Ja, überlebt das ein bisschen zu das? Ist fraglich. Nein, es wird sofort gesnipet. Und jetzt geht's an die SCVs. Die Bio ist überhaupt nicht in Position. Die geht nicht gerade über Creep. Und ja, Time hat sich gerade quasi gerade nicht ganz schlüssig. In welche Richtung am besten gehen sollte. Widow-Main schlägt nochmal schön ein. Die Widow-Main kommt natürlich aus der Production raus. Das müssen natürlich in der Main wird auch abgefarmt. Die Mutas hier können mit den Einzel-Mains auch noch easy fighten. Nur wenn es jetzt hier mal mehr werden. Mit einem Gegenheal, mit dem Medivac, wird es schwieriger. Mutas Rampage schon ein bisschen in der Main. Aber Scarlet will hier nicht zu offensiv drin sein. Währenddessen kriegt sie auch gleich Probleme mit einem ziemlich großen Bio-Army. Mit einigen Widow-Mains und auch viel Medivac-Unterstützung. Die pusht hier weit und weiter ran an die vierte Basis von Scarlet. Währenddessen geht ein Trupp hier an die dritte Basis. Und hier ist gerade auch keine Defense. Heißt, Scarlet kriegt gar selber Probleme, aber hier gerade die komplette dritte Basis von Time-Up. Also Time muss jetzt hier auch irgendwo Kontoschaden machen. Er versucht hier, elf Drones hat er bisher rausgenommen. Aber Linge kommt jetzt hier mit dazu, um das zu defenden. Wenn das hier gehen Linge und Banning rein. Aber der Split sieht gut aus hier. Die Linge werden einfach rausgenommen. Die Banning sind nicht mehr da. Somit stimmt jetzt hier die vierte Basis von Scarlet. Und auch sie ist jetzt im Supply ordentlich abgefallen. Hat zwar viel Gas auf der Bank, aber hier viel zu Mineralien. Jetzt kommt nochmal die Mutas mit ein paar Banningen. Da wird nochmal gesplittet. Der Tor-Ballup gerade fröhlich in die Mutas macht. Auch sehr viel Damage. Aber Marines bleiben nicht viel übrig. Und es reicht nicht ganz hier für Time-Up. Jetzt nochmal neue Marines kommen mit dazu. Der Tor ist gerade noch so am Leben. Und im Achtung mal einen richtig teuren Schuss in die Mutas. 32 Drones währenddessen gefallen. Hier drüben nämlich die paar Marines haben immer noch abgeräumt. Weil es gerade alle der Länge in die eine Position gezogen hat. Hier drüben neuer Drop. Reißen mehr Drones aus dem Leben. Hier geht aber das Haupt-Nagetion zur Sache. Der Tor ist jetzt, nein, der Tor ist immer noch am Leben. Wird gerade noch evakuiert. Die Marauder werden aber abgefarmt. Und Time muss sich zurückziehen. Aber er kann hier eventuell nochmal ne Basis rausnehmen. Es wird ziemlich knapp. Die Basis wird ziemlich low. Und die Basis wird hier fallen. Marauder gehen aber auch alle down. Also der gesamte Drop wird rausgenommen. Bisschen hier noch ein paar Widomeins. Hier oben sind es nur Changeling. Und zumal hat Scarlet gerade 2 Basen und über 40 Worker verloren. Also ihre eigene Economy hat gerade einen kompletten Absturz erlebt. Man sieht es hier auch. Das Mining ist jetzt wieder ausgeglichen. Terranath macht einfach weiter Druck. Time ist jetzt hier. 40 Supply vorne. Scarlet hat noch Mutas. Davon noch 16 Stück. Also waren auch schon mal mehr. Time währenddessen hat einen eigenen Tor wieder. Aber sie hat den Tor wieder am Start und auch repariert. Und der Torballert wieder fröhlich in die Mutas rein. Und jetzt. Die Mutas sind ziemlich low. Das ist nochmal Zerwild Nummer 1. Die Mutas Nummer 1. Schießen hier die Mutas aus dem Leben. Es sind kaum noch welche übrig. Und die sind auch mega low. Die Bayo versucht daran zu kommen. Glück nochmal ein der Mutas. Jetzt kommen eins. Die Linge greifen hier die Bayo an. Da wird nochmal eingeladen. Weg geht bloß der Torballert nochmal mit rein. Reißt nochmal mehr Mutas aus. Und in diesem Tor lebt so lange. 13 Kills inzwischen. Und der hat so viel an den Mutas gemacht. Und jetzt ist Time wieder am Drücker. 50 Supply inzwischen vorne. Skullet kommt nicht mehr in die Höhe. Was das Supply betrifft. Erforscht gerade noch plus 3 Mitte-Attacks. Aber das ist noch nicht ganz weit. Die Linge müssen bereits engagen. Wirkommens werden rausgenommen recht schnell. Trotzdem der Tor feuert wieder mal. Die Mutas, Mutas werden aufgelöst. Und die Linge können sich auch nicht mehr durchsetzen. Skullet hat einfach nicht mehr genug. Und keine wirkliche Economy, um das weiter zu finanzieren. Somit wirft sie das GG. Und Time macht hier das 1 zu 0. Weiter geht's auf Kings Cove und Time. Tatsächlich. Mit seiner Führung geht er jetzt in eine Doppel-Proxy-Rex. Es sind zwei ACVs unterwegs. Einesens, Skullet schickt den ersten Nola draußen. Mal sehen, welche Richtung der dann scouten wird. Ja, die beiden übrigens. Sie sind schon ein paar Mal aufeinander getroffen. Um die 20 Maps haben sie gespielt. Und Skullet hat 86% davon gewonnen. Also im direkten Vergleich sieht also Skullet da wesentlich besser aus. Wobei man sagen muss, Time, er hat sich eben über die Jahre krass verbessert. Gerade eben jetzt letztes Jahr und dieses Jahr ist er richtig stark unterwegs. Er ist so wirklich, 2019 ist er höchst dann von seinem Rating auf Aligulac. Interessanterweise hat er auch alle Match-Ups recht nah beieinander. Sein schwächstes Match-Up ist gegen Protoss. Sein stärkstes Match-Up ist gegen Zerg. Bei Skullet hingegen ist es, ja, viel, viel differenzierter tatsächlich. Skullet hat nicht ein sehr, sehr krasses PvZ-Match-Up. Sie ist dann einiges stärker. Dafür ist ihr schwächstes Match-Up auch mit einigem Abstand das ZVT. Und eben das kommt hier Time auch ein bisschen zugute. Und wie gesagt, der Head-to-Head-Vergleich, die Maps, die die beiden buseinander gespielt haben. Da sind eben auch Spiele dabei. Die sind schon ein ganzes Stück her, weil beide eben natürlich auch schon einige Jahre spielen. Time ist seit etwa 2014 mit dabei und Skullet seit 2012. Und eben da sind auch einige Spiele schon. Da war Time noch nicht so gut. Aber eben gerade die letzten paar Monate läuft es bei ihm eigentlich ziemlich solide. Ja, Skullet jetzt hier hat die Overlords mit dem Overlord die Barracks gescoutet. Aber die ersten Marines sind bereits da. Aber es gibt noch keinen Bunker. So weit kam Time noch nicht. Skullet hat gleich den Pool, hat mit Hedge-First begonnen. Erste Marine macht hier den Damage, kriegt fast eine Drone. Mehr Drones werden gepolt. Natürlich jetzt der Versuch, diesen Bunker zu crushen. Man will eigentlich keinen Bunker zulassen oder man finisht die Marines. Das sind die Zertion. Da kommen sogar noch mehr SCVs mit dazu von Time. Kommittet hier also noch mehr Worker. Die Marines werden jetzt in Sinn am Kiten. Nehmen mal drei Drones raus. Jetzt gehen auch die ersten SCVs down. Und jetzt die beiden traden die Worker ab. Der Bunker währenddessen wird fast fertig. Aber Marines sterben alle weg. Die Drones jagen immer noch den Marines hinterher. Da kommt auch neun Marines mit dazu. Marine hier kite es nochmal wild ein ab. Und der Bunker wird hier fertig. Während dem Marine müsste jetzt halt reinkommen. Das ist gerade das Problem. Kann hier Time Bunker in den Bunker was reinkriegen? Es sieht nicht da nach außen. Die Linke surrounden ihn bereits. Bunker wird nicht gesalvaged. Wird einfach aufgegeben. Und Scarlet defendet das. Auch wenn sie sieben Drones kostet. Time kostet das fünf SCVs. Also beide sind hier mit einer richtig schwachen Economy. Scarlet hat jetzt weniger Worker als mit was sie eigentlich angefangen hat. Wir haben in einem Monat nochmal gecatcht. Weitere Monat nochmal gebaut. Haben Light wird gecancelt. Losfliegen. Natürlich jetzt die Defense bei Time muss organisiert werden. Er müsste hier eine Wallfahrt kriegen. Weil die Linke sind unterwegs. Und die Marines sind nicht so schnell wie man sieht. Sie laufen japanisch weg. Versuchen da wegzukommen. Aber Scarlet ist auf der Jagd. Und das wird eine richtig knappe Sache. Zumal dann immer noch das Problem ist, dass die Wall noch nicht dicht ist. Ein Marine läuft ein bisschen weiter. Also der wird auf jeden Fall reinkommen. Die Linke jetzt hier sind auch gleich in der Vision von Time. Und er versucht danach... Okay, er macht jetzt hier das Supply Depot. Und die Wall wird hochgezogen. Die Wall ist da. Supply Depot eigentlich sind nicht fertig. Trotzdem Marines reichen. Erstmal am Ende sind die Baraks am Scouten. Und natürlich beide jetzt hier bauen sich erstmal wieder auf. Wir sehen natürlich jetzt, Tech-technisch kann Time weiter nach oben ziehen. Er hat bereits eine vortige Factory. Da kommt bereits der Star-Pop. Der Scarlet hingegen ist Tech-mäßig jetzt nicht viel. Sie kann jetzt noch nicht mehr wirklich ein Speed-Upgrade beginnen. Weil sie hat überhaupt kein Gas gesammelt. Er hat nochmal einen Spine-Crawler mit dazu gebaut. Sie ist einfach nur am Drone und Queen spawn. Damit zumindest die Prolaction und die Economy wieder ein bisschen läuft. Der Tech wird da jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und wir sehen jetzt aber auch, zweite Basis kommt bei Time. 24 zu 19 in den Workern. Und ja, wenn wir jetzt hier ins Income schauen. Da wurden eben die SCVs weggepullt für die Baraks-Baus. Und hier kam dann der massive Drone-Pull von Scarlet. Und jetzt seitdem ist sie am Hochdronen, um das wieder auszugleichen. Und kommt da jetzt auch wieder in den Income-Advantage. Arme Super-Atlantik natürlich hat sich nicht viel getan. Wie man sieht, die einzelnen Marines, die gebaut wurden und dann gesniped wurden. Und Scarlet einfach dann die Linge aufs Feld geworfen. Die Queens kommen da jetzt noch mit dazu. Und somit, ja, hat sich die ganze Sache stabilisiert zwischen den beiden. Scarlet hier geht in die dritte Basis. 32 Drones. Time natürlich seine eigene Netsch. Willkommen später. Aber er hat hier natürlich guten Tech. Kann also einen Drop starten. Zieht nach einem Widow-Mindrop aus, was er vorhat. Und da ist er auch unterwegs. Mal sehen, wie viel Schaden er damit anrichten kann. Übrigens die beiden auch, was tatsächlich was Preisgeld angeht. Und Time ist kurz vor 100.000. Er ist bei 93.000, um es zu 93.000 Dollar. Da von den 100.000 nicht mehr, weil Deck Scarlet hingegen ist schon bei über 300.000. Ist ja eine der nicht-Koreaner Spieler, Spielerinnen, die am meisten verdient haben aus Preisgeldern. Da können nicht so viele mit ihr mithalten. Es sind ein paar, sind doch über ihr. Gerade ein Stefano, ein Savile. Aber viele sind es nicht. Wir sehen jetzt hier, Wirdow-1 in der Netsch. Und es gibt 5 Tote Drones tatsächlich. Die Wirdow-1 können hier eigentlich gesaved werden. Wird auch gesaved, wenn es in die Barak-Scoutern auch immer ist. Kommt danach Libreiter-Teile. Muss auch ein bisschen den Work-Account angleichen. Natürlich seine Netsch. Ist jetzt erst ein OC. Kann sich jetzt in Position pflegen. Mit 25 STVs, wenn das sind, haben die ziemlich fleißig an der Main-Base-Gabe. Also die wird nicht so lange halten mit diesem Game. Mein Dessens-Gradet holt jetzt endlich sich hier diese Baraks. Die brennt schon. Die wird hier nicht das Überleben aus. Er könnte sie hierher fliegen und in den Mule werfen. Er könnte das Ding sogar retten. Aber das hat er wahrscheinlich nicht vor. Der Wirdow-1-Drop wartet auf seinen nächsten Einsatz. So, und wir haben jetzt hier den Wirdow-1-Drop ein zweites Mal. Und die Queens stellen sich bereit auf, um das zu tanken. Aber es geht eine Queen dabei down. Dafür werden beide Wirdow-1s gesnaght. Aber die Wirdow-1s hatten schon ihren zweiten Einsatz. Während dessen Hellion-Drop kommt jetzt hier in die Main. Also Time macht einfach weiter mit dem Harassment. Und er wollte die Drones haben. Kommt ihn nicht ganz ran. Die Dinger sind jetzt hier mit dem Surround beschäftigt. Er werden die alles Stück für Stück eingeladen. Einige Dinger werden durchgebraten. Und Time zieht auch das erstmal wieder zurück. Bei Scarlet kommt ein Banning-Nest. Und nochmal mehr Drones. 52 zu 28. Jetzt der Work-Account ist gerade wirklich massiv für Scarlet. Und ihre Defense läuft bisher ziemlich gut. Also respekt da, wie gut sie das managt. Natürlich hat Time-Ules, aber trotzdem. Er ist auf zwei Basen. Scarlet's dritte Basis währenddessen läuft schon. Es sind auch schon 20 Drones. Einfach nur gucken, dass der Libreiter nicht so viel kaputt macht. Und er kriegt eine Drones bisher. Hellions werden jetzt auch noch mit ausgeladen. Aber die Hellions sind schon zu befaunt. Der Spine-Call ist hier mit dabei. Aber die blocken hier die Queen. Der Body-Block auf die Queen. Die Queen wird da... Schön gemacht. Schön mitgeplant. Dass die Queen auf dem Libreiter nicht wegkommt. Und dann ein Easy-Kill ist. Der Ante ist nicht. Die Queen will jetzt hier den Libreiter vertreiben. Steht allerdings mitten im Kreisel. Drones werden gepullt. Und erstmal der Lippe erreicht nichts. Hier geht es aber noch mit den Hellions rein. Aber auch die werden defended. Wenn das ein Stürmen kann, Nummer zwei ist. Sie wie es an ein paar Söcklingen hier. Die werden am Ende dann doch irgendwie gekehrt. Wenn das dann geht es jetzt hier nochmal zur Sache mit dem nächsten Hellion-Drop rein. In die Nets-Spieler. Aber das Medivac geht down. Trotzdem neun Drones sind gestorben. Also Scarlet wird jetzt auch einiges entlocken an dem konstanten Harassment überall. Scarlet kriegt ja die Einheiten irgendwann gekehrt. Aber zwölf Drones sind gestorben an der ganzen Sache. 47 zu 34. Dritte Basis für den Terrain kommt jetzt trotzdem. Also Time lässt hier wirklich nicht locken. Er nutzt seinen Tag, um hier Scarlet unter Druck zu setzen. Man sieht, bei Scarlet kommt jetzt erst der Leertag. Jetzt erst begonnen. Jetzt erst Evolution Chamber. Währenddessen bei Time sehen wir Doppel-Armory. Er will auf Mech gehen hier auf Kings Cove. Nach einem Doppel-Barracks-Proxy-Racks-Opener geht es jetzt hier noch in einen Mech-Style. Also es kann doch jetzt eine ein bisschen längere Geschichte werden, natürlich, zwischen den beiden. Natürlich, Scarlet muss erstmal wieder einen Tag aufholen. Da wird Mech am Anfang ziemlich stark sein, bis Scarlet eben die Konter aufs Feld stellt. Das wird noch ein bisschen dauern. Der Liberator hier versucht weiter zu arressen. Und, ja, will ein paar Drones wegzappen. Er ist aber nicht der besten Pussy. Muss dann ein bisschen sich weiter nach vorne aufklappen. Macht dann auch in der zweiten Runde. Aber Scarlet reagiert. Er hat das beim ersten Mal schon geklappt. Er hat es durchaus ein, zwei Tote Drones gegeben. Aber das hat gerade Time ein bisschen, ja, verbocken. Aber das kann vorkommen. In der Eile, das shiftet man einfach durch. Und dann hat man es nicht hundertprozentig genau im Plan. Muss dann nachprüfen, ob das das wird oder nicht. Der Liberator gibt auch nicht auf. Wenn das nicht, sind hier noch Hellions unterwegs. Hier ist aber noch ein Spine-Call und ein paar Einheiten. Der Liberator werden das inflierten Bight-Points. Und die Linge hier engagieren kurz mit den Hellions. Der Liberator ist einfach so nervig hier. Und die Baining-Kügel, äh, ja, bringen ein paar Shots ab von den Hellions. Die snipen sogar ein paar davon. Und natürlich, es kommt mehr Hellion-Produktion. Es kommen Cyclones mit dazu. Es gibt das Battle-Mech-Wenderson. Scannen nochmal auf die Main-Base-Seed. Okay, Scarlet, der hat ja jetzt unterwegs. Es werden Roaches gebaut. Es kommt Plus-1 und Roach-Speed. Und das ist natürlich die ganze Mech-Palette an Upgrades. Kommt auch 1-1 und Blue Flame. Und die dritte Basis. Okay, jetzt geht der Liberator dann doch mal da. Und die dritte Basis-Wenderson ist fertig. Und da wird gerade das Gas genommen. So, mit 68 zu 52. Scarlet hätte natürlich jetzt so langsam gerne mal eine vierte Basis. Das geht jetzt aber auch schon in den Festation-Pit. Der Speeder investiert jetzt also auch sehr viel, um in Tech nochmal höher zu kommen. Hat sie echt den Scout soweit? Wie viel weiß Scarlet von Times-Gegend? Noch nicht so viel, aber da ist Novos hier unterwegs. Das heißt, das Mech wird jetzt auf jeden Fall bestätigt. Und auch die Doppel-Up-Gets wurden hier. Okay, der Scarlet fliegt gar nicht so weit. Aber sie sieht auf jeden Fall die ganzen Factories. Und damit ist ein Mech-Battle-Mech sowieso schon mal klar. Die mangelnde Anzahl an Marines. Scarlet geht hier aber eben eh auf Roaches. Und ja, mit Updakts, mit Vipern kann man da einiges machen. Natürlich am Ende hätte man doch lieber die Hydras. Einfach weil sie die bessere DPS haben als die Roaches. Und die Roaches gegen Panzers sich gerne auflösen. Und wir sehen auch, da kommt der Heidro dann. Also Scarlet jetzt beginnt eben ihre Vorbereitungszeit auf Mech. Nimmt sich in die vierte Basis. Scarlet ist übrigens die fünfte. Wo wir zurückkommen zum Thema Turnierverdienste. Earnings über gute Platzierungen. Scarlet ist da Platz 5 nach Nurtius, Newton, Leap und Savile. Also lustigerweise halt in den Top... Ach, der Farno ist tatsächlich hinter ihr inzwischen. Wusste ich gar nicht, dass er zurückgefallen ist. Ja, von den Top 6 übrigens ist ein Protoss dabei. Der Rest sind Zerks. Beide nicht Koreaner. Natürlich, wenn wir Koreaner dazuzählen, kommt da noch eine ganze Palette an. Gerade Terraner mit dazu. Momentan unbestritten an der Spitze steht da Savile mit seinen 600.000. Dank dem BlizzCon Win hat er natürlich da richtig stark zugelegt. Sein ganzes... Ich glaube, Savile hat den Großteil seines Preisgelds in 2018 verdient. Von diesen 640.000. Scarlet ist momentan mit 311.000. 60.000 und der Nurture, der den vierten Platz belegt. So, wir haben jetzt hier mehr Action von Time. Versucht hier durchzuarbeiten. Im gesamten Übersicht ist Time übrigens auf Platz 29. Hinter Pity Drogo aber nur 200 Dollar aktuell. So, Time könnte sie noch weiter nach oben kämpfen in diesem Ranking. So, wir sehen hier immer noch die Hellions. Versuchen einfach den Creeps halt im Griff zu halten. Aber da sind auch überall Roaches. Und Roaches sind immer noch ein schwieriger Feind für Hellions. Die geben sich größte Mühe. Aber Scarlet bisher defensiv steht sie wieder gut. 78 Worker. Und sie hat jetzt eben Hive-Tag gleich fertig. Da kommt Hydra-Speed, zwei Bissler-Tags, eins Media-Tags. Palinga ist nicht unterwegs. Die werden nicht lange überleben. Call it. Und es kommt eine vierte Basis hier für Time. Der jetzt hier weiter am Auffrischen ist. Ein bisschen viele Minerals hat er auf der Bank. Kann aber natürlich mehr Hellions bauen, wenn er möchte. Braucht aber vielleicht auch eventuell noch die ein oder andere Factory mit dazu. Momentan ist er auf fünf Factories. Und hat noch den Starport mit dabei. Wir sehen jetzt auch Sensor Tower. Die Mech-Army wächst. Scarlet hat die ersten Infestoren. Geht auf den Spire. Hat den Hive. Also auch Scarlet hat jetzt hier Tag Basic Ready. Und ihr Creepsbett versucht weiter zu wachsen. Aber auch Time versucht das weiter im Griff zu halten. Hat jetzt die ersten Cygnants mit am Start. Um hier zu pushen. Und momentan sind noch keine Weibern da. Das ist jetzt momentan. Die Cygnants haben noch Möglichkeiten, um zu fighten. Müssen trotzdem aufpassen. Es ist sehr viel Surg da. Und bei Time ist auch viel Supply noch zu Hause. Man sieht die ganzen Panzer defensiv. Und da kommen auch noch mehr Siege-Tanks. Also Time-Bot ist jetzt tatsächlich auf eine Siege-Tank-Army am Ende. Kein Alien-Cyclant. Nur ein paar Cyclants als Übergang. Und Scarlet, die findet das bisher ziemlich gut. Beide holen sie hier den nächsten Upgrade. Zwei weitere Command Center für den Terraner. Und somit wächst und wächst die Sache. Das kann wirklich ein längeres Game werden zwischen den beiden. Und es burnt. Man sieht aber auch sofort der Q mit den ganzen Creep-Tomen. Scarlet ist immer noch auf sieben Queens. Also Creep-Tumore setzen ist für sie eigentlich kein Thema. Man braucht halt auch die Zeit dafür, um die Creep zu spreaden. Man braucht immer ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir wissen jetzt, auch die Army wird nochmal umgesetzt von Time. Er baut die ersten Tore. Und der Spire ist eben gleich da. Das heißt, Bulots sind nicht mehr so weit weg. Für Scarlet. Wenn da wird gerade der Greater Spire begonnen. Und Time einfach das Hauptding, das in den letzten 5 Minuten, glaube ich, gestorben ist, sind Creep-Tumore. Jetzt aber nochmal Scarlet. Könnt ihr ein gutes Engagement kriegen? Gut, ja, kommt auch nochmal nah ran an die ganzen Einheiten. Kriegt die Cycans. Die Hellens fahren immer noch panisch weg. Also ihr könnt nochmal einen guten Stoß in die Banninge hätten sie setzen können. Aber Focus Fire war gerade nicht ganz on point. Wäre das ein Doppelsensor-Tower sogar von Time. Deck damit natürlich eine ziemlich große Fläche um seine Basen ab. Vor allem hier unten alles. Im Süden bis so ziemlich an den letzten Rand. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch was ganz knapp vorbeifliegen kann. Und somit, ja, hier jetzt aber auch fünfte Basis für Time. Sechste Basis für Scarlet. Es entwickelt sich weiter in die Economy. Und beides nicht so ziemlich max. Jetzt wird Bank gesammelt. Man sieht, Scarlet, da wächst es auch schon an. Mining-technisch ist sie immer noch im Vorteil. Durch ihre 80 Drones, die sie hatte. Die sie auch schon recht früh hatte. Time hingegen so langsam kann er da mithalten. Mit seiner dann auch laufenden neuen Basis. Die Mainbase natürlich ist nicht mehr so effizient unterwegs. Da wird jetzt auch umgeswitcht mit den Work-On. Weil die Net-Free wurde schon sehr früh abgezogen tatsächlich. Da meint gar nicht so viel an den Mineralien. Wurde nicht alles schon in die neuen Basen verteilt. Aber auch Time baut sich jetzt hier in die Bank. Und mal sehen, wann ich hier versucht loszulaufen. Jetzt mit dem vollen Max-Out. Und mit den ganzen Panzern Hellbets in Position. Und los geht's. Richtung Creep, Richtung Zerg. Der erste Personal-Bomb wird sich schon mal eingefangen. Die Vipern haben die Energie-Investoren-Snow mit dabei. Es ist eine schwierige Armee, wo Time da durchpushen will. Und er hat momentan immer noch sehr viel Creep vor sich. Aber Panzer werden jetzt hier gesplittet und gesiegt. Stück für Stück. Nochmal ein Attack auf den Viking. Nochmal ein Attack. Und die Sorg-Armee macht aber trotzdem Feuerpower. Das Terran ist gefährlich. 3-3 ist bei Time noch unterwegs. Hellbets marschieren nach vorne. Panzer siegt schon weiter nach vorne. Und dessen gab es hier gerade irgendwo. Ponder Damage mit ein paar Roaches. In der dritten Basis kommt ein Panzer mit dazu, um das zu kehren. Und dessen pusht aber Time richtig hart nach vorne. Versucht hier an Skarletskran ranzukommen. Da sind die Vipern gerade in der Luft. Die Bulots wurden hier gerade gemauft über allem. Die Tore sind noch nicht ganz in Position dagegen zu fighten. Die Hellbets wurden hier stattdessen rausgenommen. Es sind 5 SUVs gestorben. Aber es sind noch 69 am Leben. Ist nicht so gut für Time. Er siegt weiter nach vorne. Bulots sind jetzt aber da. Jetzt müssen sich die Tore um die Bulots irgendwie kümmern. Und es geht die restlichen Sorgern hier auch mit dran. Vipern kommen jetzt hier nochmal mit dazu. Bleine Clouds werden einfach nur komplett auf die ganze Fläche gesetzt. Da schießt gerade gar nichts vom Terraner. Vikings geben sich größte Mühe. Aber es sind jetzt alle rausgenommen worden. Die Panzer sind jetzt hier versuchen das nochmal irgendwie zu managen. Tore drehen nochmal um. Schießen hier eine Viper ins Gesicht. Aber die lebt auch noch gerade so mit den letzten Bitcoins. Und Time wird hier ziemlich krass abgeräumt. Scarlet macht hier für einen richtig starken Fight. Mit den Investoren. Mit den Poodlords. Und jetzt einfach rückt sie selber nach vorne. Die Vipern waren auch mega hilfreich. Und Time muss jetzt erstmal seine Defensive kriegen. Man sieht er baut zwar gerade Supply nach. Aber es dauert bis das alles da ist. Natürlich Scarlet muss sich hier jetzt aber auch Off-Creep wagen. Was ein bisschen gefährlicher wird. 3-3 währenddessen für Time wird auch gleichfertig. Wir sehen aber Neural Parasite. Plus 3 Millie-Attacks. Plus 1 Flyer-Attacks. Und einen zweiten Spyer für Scarlet. Also sie rüstet sich jetzt hier wirklich auf. Für eine richtig krasse Late-Game-Situation mit vielen Infestoren. Und natürlich Neural Parasite. Der ein ganzes Engagement auch mal entspannt drehen kann. Für einen Zerg. Außer man hat natürlich die Infestoren zu weit vorne. Dann kann das auch ganz schnell ganz schief gehen. Hier ist natürlich durchaus noch ein Bereich des Möglichen. Wir haben jetzt hier drüben die Hellions nochmal versuchen den Clip einzudämmen. Machen auch einen recht guten Job. Und Scarlet wieder auf der Jagd. Aber sie hat ihre Bank. Sie sammelt auch fleißig weiter Banken. Was ihr noch fehlt wäre eine weitere Basis. Gut sie hat jetzt die hier. Die läuft jetzt seit neuestem. Läuft jetzt auch nicht schlecht. Aber da wird auch man sieht auch. Es wird direkt das Gas genommen. Scarlet weiß ihre Prioritäten. Minerals hat sie genug. Sie braucht Gas. Denn was sie vorhat sind Infestoren und Poollords und Upgrades. Und das ist alles sehr Gas heavy. Daher ja. Die Vorausplanung schon mal. Und den Hellions wird eine Falle gestellt. Wobei die Hydras. Stabend hat sie noch zwei Hydras dran. Vielleicht haben sie nicht ganz gereicht um die dritte noch rauszunehmen. Ein paar Roaches wieder mal unterwegs. Schleichen sich hier aber durch einen Sensor Tower. Also viel schleichen ist das gar nicht. Die stehen da halt. Und Time sieht das auch. So damit Time. Man sieht es jetzt in den neuen Max oder Army soweit aufgebaut. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Nämlich viel, viel, viel mehr Vikings. 16 Vikings auf dem Feld. Gegen 5, 7 Brutards und 4 Vipern. Aber dafür sind natürlich Infestoren auch noch da. Die können auch noch auswerfen. Die Roaches hier. Ja. Einfach mal easy snipe. Scarlet remax das mit mehr Drones. Sie ist auf 76. Und jetzt auch die SS-Asthetic-Defense. Hier wird auch noch ein Creed-Tumor entfernt, um eine neue Basis zu nehmen. Man sieht hier mehr, ob mehr Drones am Start. Und Time rückt hier mal auf der rechten Seite vor. Mit seinen ganzen Panzern, den Tors immer noch. Die sind ja, soweit am Leben geblieben. Die Helens werden separat in die andere Richtung geschickt. Hier schon der Creep ziemlich weit. Und ja, Time sieht jetzt hier den ganzen Creep auch, den da erwartet. Er ist aber selber am Pushen. Kriegt den ersten Oblard. Die Queens werden kurz angegangen. Und natürlich Scarlet stellt ihre Defense hier auf. Sie hat sehr viele Infestoren bereits. Da ist alles drauf an Upgrades. Wir haben Pathogen Glance. Wir haben Neural Parasite. Wir haben die erste Parasite-Bomb draußen. Das wird für die Vikings wirklich kein einfacher Fight. Die Panzerwärter sind einfach ballern den Schaden raus. Die Helens pushen ein bisschen nach vorne. Baiten da ein bisschen die Doodots raus. Aber bisher nicht so viel am Start. Aber jetzt geht's drauf. Jetzt ist gerade der Support ein bisschen weg. Jetzt wird die ersten Doodots fallen hier. Aber trotzdem, die Vikings sind zu sehr gekommen. Da kommen die Fungles-Treffen aber nicht so gut. Jetzt noch Fungles-Parasite-Bomb-Combo geht nochmal drauf. Da sind noch einige Vikings hier am Leben. Die splitten sich auch nochmal. Aber jetzt kommen die Null-Parasites auf die Tore. Die Tore drehen sich um und schießen die eigenen Panzer aus dem Leben. Die Vikings werden jetzt von der Fungles getroffen. Und da wird Time nochmal abgeräumt. Er kriegt auch einiges an Gegnersupply gesnaped. Man sieht, Scarlet droppt jetzt ziemlich hart. Und hat auch währenddessen ein paar Worker verloren an mehreren Basen. Insgesamt zehn Drons aber nur. Und die Panzerhänden stehen noch. Das Time versucht hier nachzuliehen. Bis er versucht eine neue Position zu finden. Aber Blue Lords haben auch wieder Fokus bekommen. Es sind noch momentan vier übrig. Es darf uns noch ein paar gestorben. Aber Scarlet baut 15 Corruptor und vier Blue Lords. Momentan die Vipen sind auch abgeräumt worden. Aber Investoren leben noch. Ist nur gerade ein bisschen mit Low-On-Energy. Jetzt kommt nochmal ein Fungle auf die Vikings. Aber die können trotzdem noch kiten. Nehmen nochmal einen Blue Lord raus. Und nochmal das Spawnen gleich neue. Und das Terranus-Supply wird hier weniger. Und da kann sich Time wieder nicht festsetzen. Er muss sich ein weiteres Mal zurückziehen. Wird er noch einen Tank verlieren. Der Tor sollte nochmal wegkommen. Und somit haben wir jetzt hier Terran eine neue Basis. Wird auch gerade, wurde gerade gesetzt. Wird ein weiteres Pf. Mühls werden geworfen. Und ja, Time baut sich wieder auf. Scarlet hat ihre Banks so ziemlich aufgebraucht. Runter auf 1000, 1000. Holt sich aber doch noch weitere Upgrades. Und wir sind jetzt wieder bei sechs Blue Lords. Neun Investoren, zwei Vipern. Vipern haben massiv abgenommen. Die sind so ziemlich weggestorben in dem Engagement. Aber eben auch die Terranus hat einiges dabei an Einheiten lassen müssen. Inzwischen ist Scarlet fast vollständig auf Infestor, Blue Lord, Corruptor. Und eben die Vipern mit dabei sind. Hydra-technisch sind es noch vier Stück. Die Hydras sind der ganze Rest. Natürlich auch die Queens sind ziemlich gesnipet worden. Es sind nur noch zwei Queens am Leben. Der eine steht hier doof rum. Die andere steht, glaube ich, auf der anderen Ecke. Also so viel neuer Creep-Tumor ist da auch nicht. Aber Scarlet hat noch einige aktive Creep-Tumor, die sie nutzen kann. Wir lassen die Allians versuchen, hier in die Basisrenze zu kommen. Aber sehen, da ist Static Defense und da ist auch gar nicht so viel zu holen. Trotzdem die Mech-Army wieder unterwegs. Time nähert sich dem eigenen Mechs aus. Scarlet Spank wieder am Anwachsen. Und somit steht die nächste Konfrontation bevor. Scarlet muss aber hier komplett mal die Flanke wechseln. Die Blue Lords, ja, die brauchen ein bisschen für den ganzen Spaß. Aber die Infestoren tatsächlich sind schon gefährlich genug gerade. Und Time hat auch gerade die ganzen Brütlinge anlaufen zu sehen. Und er kriegt hier eventuell die Infestoren. Ah, da kommt ein richtig dicker Fungel. Oh mein Gott, das ist so viel Damage. Jedes Viking hier die ganzen Hit-Points verloren. Kommt da eventuell ein Repair-Move her? Da kommt einfach der Repair, um die alle wieder hoch zu heilen. Und Scarlet währenddessen, sie hat sich eine neue Basis hier gesichert. Sie hat die Basis hier unten jetzt eben seit kurzem... Also weiteres Mining bei Scarlet läuft auf jeden Fall. Bei Time hingegen, Main Base... ...wird jetzt, ja, ist nicht mehr viel übrig. Natchwell hält natürlich noch ein bisschen länger, weil da nicht viele Worker dran waren. Dritte, vierte Basis sind auch nicht mehr so prickelnd. Fünfte, sechste Basis. Und die sechste Basis hier ist nur eine halbe Basis. Die ist jetzt nicht so ergiebig. Trotzdem Helions fahren hier nochmal durch. Slipen McCree. Trotzdem Infestoren habe ich hier gefährlich nah dran. Wollen Fungel setzen. Setzen auch einen Fungel. Die Aliens wurden gecatcht. Hydras kommen wieder zu. Und Follower Fungel ist einfach zu Tode. Fungel, bis die anderen alle tot sind. Und am Ende die Hydras fundieren nochmal fast den Fight gegen die Aliens. Für Linz ja auch. Ein Alien bleibt übrig. Mit Rüben rückt jetzt hier die restliche Armee vom Tarana wieder nach vorne. Rüblat sind jetzt hier in der Position. SCY bekommt hier schon mal richtig viel Damage ab. Rüblat kriegt auch sehr viel Damage ab. Die Tore eben bannen den ersten Rüblat aus dem Leben. Und trotzdem, jetzt kommt Infestore mit dazu. Jetzt kann Scarlet hier eher defenden. Aber Time rückt schon wieder ab. Versuchte einfach wieder wegzulaufen. Und will sich dann nicht einfach so oft gerade erwischen lassen. Raptor aber gerade in riesen Masse kommen angeflogen. Time setzt mal einen Scanner rein. Man sieht, okay, das ist die Zerg-Army also momentan. Ein fester Corruptor Broodlord mit ein paar Viper noch zwischendrin. Das wird auch so bleiben. Es sind inzwischen keine Hydras mehr auf dem Feld. Die haben wir gerade gegen die Aliens sterben sehen. Auch Viper sind es nur zwei Stück. Aber eine Viper könnte halt mit der Palisadek-Bomb richtig viel Einfluss auf diesen Fight haben. Wobei Fungel eben Ähnliches macht. Ist auch AOE, macht Damage und bindet zudem noch die Vikings fest. Also ist für Skala tatsächlich nützlich. Und jetzt hier die Infestoren. Oh, sind nah dran an den Panzern. Stattdessen die Queen tankt die ganzen Shots weg. Die Infestoren kommt gerade nochmal so weg. Das hätte gerade teuer werden können für Scarlet. Denn so eine Infestorenmasse zu ersetzen ist wirklich nicht gerade günstig. Und es kommt jetzt hier ein Panzer- und Helvet-Run bei. Auch mit Siege tatsächlich. Und Scarlet kann die gerade nicht ganz. Die Fenton schickt jetzt hier die Overseer. Okay, einmal die Spine-Kollern nehmen einen der Panzer raus. Und hier drüben geht das Hauptengagement los. Erstens die Infestoren kommen. Da gehen die Corruptor ran. Die Parasite-Bomb sind die Vikings gegen den Fungel ab. Die Corruptor bannen sich noch alles durch. Who-Bots-Man dessen warten auch ein bisschen weniger. Die Ground-Army schießt fröhlich um sich. Den Infestoren nicht sicher, wie viele davon noch am Leben sind. Ein paar Null-Parasites kommen jetzt hier mit raus. Infestoren sind eingegraben. Haben auch gelitten. Aber Times-Army wird hier ein weiteres Mal abgeräumt. Die Vikings fielen den Fight. Der auf dem Boden erschießt sich. Der Terraner gerade gegenseitig. Dank dem Null-Parasite. Und jetzt nochmal die Brutlords sind am Start. Schneiden nochmal. Der Torist bleibt nochmal einen Brutlord. Aber geht dafür auch dann trotzdem. Die Panzer nochmal unterwegs. Die Helvet ist hier unterwegs. Es sind ein paar Drones gestorben. Scarlet muss mehr defensen. Und ihre Infestoren haben gerade keine Energie. Sie bauen jetzt natürlich hier Hydras. Und die Basis hier wird fallen an den Panzern. Ja, hier wird fallen. Die Panzer laufen einfach zurück. Die Dead-Defense kam nicht rechtzeitig von Arna. Und auch hier diese Basis wird zu laut. Sie geht auflaufen. Times kriegt hier zwei Basen mit seinem Harassment-Trüppchen. Ein paar Helvets und ein paar Panzern. Also immerhin da holt er sich ein paar ordentliche Kills. Ich nehme doch bitte den Creep-Tumor raus. Dankeschön. Ja, weil hier ist auch noch Creep. Jetzt ist kein... Ah, doch ein aktiver Creep-Tumor ist ja noch. Und hier ist eben eine weitere Basis. Und da wird auch schon gesiegt. Hatte ich hier die High-Ground-Version? Gerade so. Aber nicht ganz, um an die Basis heranzukommen. Times hat sich jetzt auch eine neue Base gesichert, wie man sieht. Die 73 zu 69 in den Workans. Scarlet ist eigentlich wieder Max und sammelt weiter Bank. Und sie hat jetzt eigentlich natürlich wieder Roach Hydra mitgebaut. Zehn Hydras sind auf dem Feld. Sechs Roaches. 14 Infestoren sind es aber wieder hier. Wie viele Infestoren sind da jetzt bisher gestorben? Vier Stück gerade mal. Also da war gar nicht so viel Schaden auf den Infestoren. Wir haben das größtenteils überlebt. Und Scarlet hat hier immer noch die Karte ziemlich gut im Griff. Um hier einen Ausgleich zu erzwingen in der zweiten Map. Weil sie hat die große Bank. Man sieht halt, wie lange es bei ihm dauert, bis er wieder seinen Maxxer oder Reichter mit seiner Mag-Army. Und selbst dann, die letzten Fights liefen überhaupt nicht gut für ihn. Er ist bei 10.000 Ressources lost mehr. Die Frage, was der Plan ist. Er geht auch nicht. Er versucht dann nicht auf Ghost zu gehen. Ich weiß nicht, auf Ghost mit ihren Peace eventuell eine Hilfe wären gegen die Infestoren. Das ist so eine Range-Sache. Man muss halt rankommen, was gegen Huberts gar nicht einfach ist. Und währenddessen geht es jetzt hier drüben mit den Hellions auf diese Basis. Aber das sind auch keine Hellberts. Als Hellberts konnten sie die Basis schnell durchquellen. Ja, wenn jetzt die Roaches und Hydras herangeschickt, das dauert eigentlich einen Augenblick. Die Basis hat ein paar Halt-Points verloren. Und momentan Scarlet ist jetzt selber mal am Starten. Eine Belagerung schickt ihre ganze Selektiv-Defense nach vorne. Sie hat davon einiges. Sie hat 10 Spore-Crawler, 13 Spine-Crawler. Und natürlich abgibt-technischen zwischen 3-3. Ein einziges Plus-2. Carapace ist bei Scarlet noch mit dabei. Aber er ist auch 3-3. Beim Terranen alles 3-3-3 schon am Start vom Mech. Und auf Bio wird sie auch nicht mehr gehen. Und hier die Einheiten jagen nach den Hellions. Timer hat jetzt auch wieder den Max-Out. Momentan Po-Stabe noch nicht raus. Durch hier stattdessen das Gas an der Basis endlich zu nehmen. Und ja. Eben fehlt es ein bisschen an Mineralien tatsächlich. Seine Gasbank steigt gerade doch ordentlich schnell. Manuel ist halt noch einiges ausgegeben. Jetzt die Panzer werden nachher aufgestellt. Scarlet hier aber auch. Sie steht halt schon hier mit der gesammelten Army. Einzige ein paar Hydras und Roaches fehlen noch. Aber die sind jetzt nicht so wichtig. Das Wichtigste ist da. Die Boot-Words, die Corruptor und die Infestoren. Jetzt kommen nochmal die Hydras und die Roaches mit dazu. Ein bisschen was an Creep hat hier gelitten. Jetzt ist auch ein Raven mit dabei. Scans werden genutzt, um die Army ständig im Blick zu halten. Die Boot-Words gehen auch schon ran. Aber jetzt kommt der Terraner einmal mit allem nach vorne. Boot-Words sind sehr weit vorne alleine. Crapters sind gerade nicht mehr dabei. Die ersten Boot-Words gehen auch schon. Da kommt die richtig gute Antjammer. Und jetzt die Weipers gehen auch mit den ganzen Mid-Riders schießen mit rein. Die Weikings schießen mit rein. Da geht auch sehr viel Fungal- und Parasite-Bomb-Damage raus. Die Weikings löten sich einfach viel zu schnell auf. Boot-Words wurden aber auch weniger. Bei dem Festoren währenddessen regeln den Groundfight mit den ganzen Neural Parasites. Und Times-Army räumt sich ein weiteres Mal von alleine ab. Am Ende hat er 12.000 Resources lost mehr. Und Scarlet macht den Ausgleich. Wir gehen in Map Nummer 3. So, der Seilers-Map zwischen den beiden ist hier Port Alexander. Und wir sehen hier wieder mal Reap-Expansion gegen Hedge-Gars-Pool-Hedge. Dieses Mal gibt es kein Proxy. Dieses Mal starten wir das ganz normal wie in der ersten Map. Mal sehen, ob Time hier nochmal vorhat, auf Mech und Late-Game zu gehen. Oder ob er sich dieses Mal anders überlegt und einfach versucht, nochmal so einen starken Putsch auszupacken. Und dann Scarlet konstant unter Druck zu setzen. Die beiden haben uns ein bisschen gechattet, was das G-HLF betrifft. Scarlet hat sich vertippt. Also die beiden... Einen von der Schreiber hat... Ja, die beiden sind halt Teamkollegen und die haben auch schon Zeit miteinander verbracht. Gerade Newbie ist ja auch eine Riesenorganisation. Großer Name im chinesischen E-Sport. So, wir haben hier der Reaper. Ohne größere Erfolge zieht sich zurück. Es kommt der Starport, es kommt ein Tech Lab an die Barags. Die Factory hat den Reaktor alles wie üblich eigentlich beim Terraner. Und ist die Frage, ob Time jetzt hier einen Drop starten will, ob es einen Librarit Arrestment gibt, ob es eine Banshee gibt. Das sieht nach einer Banshee aus. Oder auch nicht. Ich glaube, da hat sich Time gerade selber umentschlossen und war das einfach ein Liberator. Das ist ein Overlord hier. Das Scouten ist schwierig. Aber es sind nicht so viele Marines da. Es steht der erste hier an der Mainbase. Ein zweiter wird aber gerade produziert. Der Overlord hat sich noch nicht losbewegt und die Helens wurden gerade mit zum Reaper herangeschickt. Ja, die Combo kann gegen die Triple Queens gerade wenig machen. Der versucht, den Creepsett ein bisschen in den Griff zu halten. Ja, Newbie hat übrigens Squads nicht nur in StarCraft, sondern in Dota. Ich kann hauptsächlich das Dota-Newbie-Squad tatsächlich. Wir haben auch Squads in Hearthstone, Heroes of the Storm und Warcraft. Also Warcraft 3 kommt auch später. Hier, der Reaper geht schon mal down. Das ist nicht schön für Time. Den will man eigentlich am Leben erhalten. Aber er hat jetzt weiteres Arrestment unterwegs. Liberator 1 kommt. Liberator 2 wird auch losgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob es das Heroes of the Storm-Squad noch gibt. Nee, es gab einen Squad, aber das war nur ein recht kurzes Experiment von Nubi. Ein Jahr von 2014 bis 2015 haben sie Heroes betrieben. Das Dota-Squad gibt es schon lange in vielen verschiedenen Ausrichtungen. Dota-Squad hat auch schon das International gewonnen. Nubi ist der International Champion von 2014. Hat damals solide 5 Millionen abgeräumt. Und Nubi ist auch zweiter Platz geworden im International 2017. Also wie gesagt, da ist die Organisation am bekanntesten so ziemlich. Ja, hier, Hellions fahren einfach durch. Okay, Time. Jo, er denkt sich, ich kann das. Und der kidet gegen die Dinge, aber wir fangen von Queens komplett surrounded. Hellions sterben halt in Massen an den Queens. Es sterben alle Hellions. Das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt für Time. Auch wenn ihr nochmal Liberator Rassment habt, das kriegt eine Queen. Aber Liberator geht auch dann. Es sind Drain-Drones gefallen, der nächste Liberator ist unterwegs. Und Time, es geht Richtung Bio. Es kommt Stim, es kommen mehr Barracks, es kommt Doppel-Engineering Bay. Okay, aber bisher hat es Scarlet nicht sonderlich gut bremsen können. Er hat hier sehr viel verloren und nicht wirklich viel Schaden ausgeteilt. Hier acht Hellions halt gestorben. 12 Linke, 2 Queens, 3 Drones ist jetzt nur nicht so wirklich das Wahre. Und Scarlet weiterhin bleibt gut in ihrer Defense. Schickt sofort den Sporkoller ran an den Liberator. Der muss sich jetzt zurückziehen, kriegt ein bisschen Schaden ab. Hat bisher nicht viel erreicht. Und Scarlet hat jetzt hier ziemlich entspannte Map-Control. Und kann jetzt halt auch den Q-Spread komplett entspannt nach vorne schieben. Es sind keine Hellions mehr auf dem Feld, mit denen Time da irgendwie was dagegen machen könnte. Sondern er steht gerade zu Hause, holt sich seine dritte Basis mit dazu, versucht mit dem Liberator nochmal was zu machen. Aber das scheint ihm auch nicht so groß zu gelingen. Also bisher läuft diese Map nicht so toll, gerade für Time. Scarlet macht das bisher sehr gut. Und auch hier der Liberator wieder am Start. Eine Queen weicht nochmal aus, um den letzten Hit nicht abzukriegen. Bleibt damit erstmal am Leben. Und Liberator wechselt mal wieder die Basis. Beide gehen auf 1-1. Scarlet geht auf Melee-Attacks, also für Linge. Und wir sehen, die Queens wollen endlich diesen Liberator haben. Zu zweit geht es hier ran und der ist auch schon ziemlich low. Wenn das in der Attack und Banning ist, ist das für Scarlet auch schon dabei. Und das geht in Mutalisten. Also Link-Baning-Muta einmal mehr. Gegen Bio. Das wird hoffentlich ein sehr spannendes Match. Weil die Konfrontation zwischen Link-Baning-Muta gegen Bio mit Unterstützungseinheiten ist halt schon ziemlich cool. Das ist eine sehr agile Kampfstrategie und man versucht immer eigentlich immer die Position zu nutzen, wenn ein Creep in der Gegend ist. Wenn kein Creep ist, flankieren, surrounden. Es gibt so viele Dinge, die man da in den Fights machen kann. Und bei dem auch die Mobilität mit der Army. Ich sehe gerade, im Warcraft-Squad, im Warcraft-3-Squad haben sie Lin Lawlight und 120. Also die zwei richtig starken Koreaner und einen starken Chinesen. Und das gibt es auch noch gar nicht lange. Das Warcraft-Squad existiert erst seit Ende 2018 von Nubi. Also auf jeden Fall, die Organisation Nubi hat sich breiter aufgestellt in E-Sports. Weil auch das Starcraft-Squad gibt es ja noch nicht so lange. Es gab mal eine Zeit lang ein Starcraft-Squad 2015. Dann war aber lange Ruhe und dann eben 2018 kommt es wieder los im August 2018 mit Time und dann Scarlet. Und dann kam noch E-R mit dazu als koreanische Protoss. Also die haben einen Protoss, einen Sork, einen Tarana hat das Nubi-Squad. Wir haben gerade gesehen, ein Drop mit ein bisschen Creep-Clear, aber bringt halt wenig. Scarlet schiebt trotzdem den Creep weiter nach vorne. Und jetzt kommt eigentlich mal ein großer Pursch. Jetzt geht es endlich los. Denn jetzt kommt auch Combat Shield 1-1 ist da. 2-2 kommt. Und 2-2 kommt auch für Scarlet. Also Upgrade-Gleichstand. Combat Shield ist da. Banning-Speed ist da. Und jetzt kommt es darauf an, wer den besseren Fight nimmt. Das Panzer wird nicht wahrscheinlich gleich gesiegt. Scarlet bisher noch keine Flanke aufgestellt, sondern sie sammelt sich an ihrer vierten Basis. Hat 84 Wörter gegen 66 von Time. Und Time hier, hier erstmal den Creep loswerden. Bantessen an sich nicht schlecht aufgestellt. Mutters sind mit dabei. Und hier die Dinge, wollten hier mal gucken, ob sie da reinflanken können. Aber war das halt nicht möglich. Da haben ein paar Marines tankt nochmal ein Banning weg. Und die Marines hier vorne wollen erstmal loslegen. Jetzt kommt Scarlet von zwei Seiten aufgerannt auf die ganzen Panzer. Marines abiert und stehen auch noch in großer Masse. Panzer warten trotzdem ziemlich schnack dran. Jetzt sind die Marines hier alleine. Nehmen aber nochmal einen Großteil der Banning raus. Das sind nicht so viele Banning übrig. Und Scarlet zieht sich auch lieber mal zurück. Das Engage von beiden Seiten. Man kann er sich so wirklich traut, da voll drauf zu halten. Könnte nämlich richtig schief gehen, das Engage. Man sieht bei Scarlet kommen erstmal neue Banning. Es kommt ein Infestation Pit auch schon. Damit es dann Richtung High von 3 Drecket. Mutter Count ist noch nicht wirklich hoch. Es sind gerade mal fünf Stück. Waren jetzt aber auch ein bisschen mehr. Wenn das ein Byteim dritte Basis läuft. Da kommt eine weitere Faktiv. Da waren jetzt Tore mitgebaut. Um eben gegen die Mutters nochmal eine Waffe zu haben. Da wird ein Sensor Tower mit aufgestellt. Wenn das in der Overlad hinten lebt, übrigens auch immer noch. Die Marins hier. Die stehen da einfach. Ja und hier auch vorgespreadet einige Marins, falls der Surg angreifen sollte. Mutters waren gesehen im Sensor Tower. Und Scarlet nimmt sich eine Basis Nummer 5. Bei Time entgegen kommt die Basis Nummer 4. Also es geht jetzt auch in die Economy auf die nächsten wichtigen Basen. Und hier die Mutters müssen aufpassen. Tor mit dabei. Und die Mutters halten da nicht so viel aus. Time wieder auf 150 Supply. Okay, Scarlet nähert sich dem Max out. Die Mutters hier können nochmal angestimmt werden. Und ja, kommen die übrigens ran. Nehmen zwei der Mutters raus und kriegen fast auch noch den Overseer. Hat noch drei Hitpoints. Und jetzt kommen die Linge mit dazu. Um hier zu Defendant Bending. Kommen auch mit nach. Aber es ist halt immer noch sehr viel Creep. Gefährlich viel Creep für Time hier. Scarlet macht da ziemlich gut Druck. Gesetzt mehr und mehr Fläche von der Karte mit ihrem Creep. Sieht natürlich dann auch alles. Und nimmt mehr und mehr Basen in Beschlag damit. Und hier ist ein riesen Lingeran-By unterwegs. Sucht nach einer vierten Basis. Eventuell, die hier auch entstehen soll. Noch nicht fertig ist. Defense-technisch steht ein bisschen was in der Gegend. Aber die Linge werden sich auf jeden Fall um die Gebäude easy kümmern. Basis fliegt gerade los. Sensor Tower wird auf jeden Fall... Oh, der Sensor Tower ist gerade sogar am Leben. Sie schnappt sich nur das SCV. Also ein sehr guter zweiter Sensor Tower. Weil damit deckt eigentlich Time so alle Eingänge bis auf den Süden hier. Deckt er eigentlich alles ab. Und auch hier die Mutters fliegen hier schon fröhlich durch den ganzen Sensor Tower. Das heißt, Time weiß in etwa, wo die sind. Und schickt auch sofort einen Tor-Drop hinter. In die Main. Weil er genau weiß, Mutters waren hier gerade am Rande meines Sensor-Towers. Da kommt sicher irgendwas in. Das sind die Linge, wollten hier reingehen. Aber hier sind die ganzen Marines. Und die Marines machten ziemlich gute Defense-Arbeit. Bei dessen ist eben jetzt hier der Tor in der Main mit einem Missile-Tor zusammen. Und auch hier werden die Mutters nicht so viel Spaß haben. Zumal Libret auch noch mit dabei sind. Es geht jetzt immerhin hier nochmal kurz auf das Gebäude. Und die Mutters ziehen sich daraufhin auch schon wieder zurück. Wollen jetzt hier Richtung dritte Basis gehen. Aber hier sind Tavile Marines und Mainz. Also Scarlet versucht da wirklich nervig zu sein mit den Mutters. Muss sich trotzdem, muss trotzdem wirklich aufpassen hier. Kann sich nicht zu nah ran wagen. Und somit haben wir jetzt bei beiden den Max-Out. Beide sammeln eine Bank. Wir sehen Uli Kevin bei Scarlet. 3-3 Upgrades bei beiden. Und plus 2 Flyer-Weapons Adrenal-Glans kommt. Da kommt Concussive-Shells. Plus 2 Vehikel und Ship-Plating. 2. Sensor-Tower ist online. Damit ist die Flanke auch komplett abgedeckt mit Vision. Und somit Time fühlt sich jetzt sicher genug, um hier endlich loszulaufen mit seiner Army. Wieder mit seinem Max-Out-Army. Nimmt den ganzen Stück Creep in der Mitte raus. Weil der Creep ist bis in der Mitte der Karte angekommen. Nährt sich hier auch schon Times-Basen, wie man sieht. Ist auch nicht mehr so weit davon weg. Von der dritten Basis der Creep. Und ja, hier ist es ja sehr schön mit den Lingen und Baningen. Aber Scarlet traut noch nicht so ganz. Schickt nochmal ein paar Baningen so rein. Jetzt kommt die ganze Masse an bei. Oder kommt die Masse an Baningen. Baningen, die pullet da mitten rein. Aber schöne Splits von Time hier bisher. Problem ist trotzdem, die Lingen kommen dann von der Rückseite und nehmen nochmal eine ganze Flanke an Marines raus. Aber Baningen sind es nicht so viel. Die Medivacs leben noch. Thor ist noch mit am Start. Man dessen sind gerade Drones gestorben. Weil es sind Liberator hier in Position. Ander vierten und ander dritten. Snipen da mehrere Werke. Ich hab gerade gedacht, hier haben der Mainbase auch noch einen Drop gesehen. Äh, Liberator gesehen. Aber nein. Seit dessen geht es jetzt hier ran auf die Lingen. Und Baningen hier die Marauders stehen vorne, um den Schaden wegzudenken. Die Baningen wollen da durch. Aber werden bisher gegen gesplittet. Ein bisschen weiter nippt nochmal mehr Creep raus mit ein paar Einzelne Marines. Und somit Skullitz-Creep-Teppich wird wesentlich weniger. Sie hat sich währenddessen gerade um die Liberator gekümmert. Mit den Mutas in dieser Zeit. Hat natürlich Time jetzt entsprechend den Raum verschafft. Hat nochmal hier mehr vom Clip gesehen. Und ja, der Overlord ist auch noch im Intervision. Der ist einfach uninteressant zu diesem Zeitpunkt. Ja, da ist die nächste Basis. Basis Nummer 5 für Time. Er fliegt sich nach vorne zwischen seine beiden Sensor Tower-Bereiche. Und Skullitz schickt einmal mehr Mutas los Richtung vierte Basis. Was ist da an Defense? Da kommen gerade noch mal mehr Missile Turrets. Ein zweites kommt gerade mal mit dazu. Da wird Advanced Ballistics erforscht. Und die Mutas hier kriegen... Ah, kriegen die Mindshot nicht ab. Der Sensor Tower wird rausgenommen. Die Mine wird rausgenommen. Die Mutas machen einen guten Job bisher. Hier ist ein bisschen Bio einfach random unterwegs. Das sieht gar nicht so koordiniert aus, weil der Rest der Armee... Er wollte hier den Mutas entgegenlaufen. Fünfte Basis steht trotzdem. Scarlet Ventressen ist auf sechs Basen hier. Da ist die sechste Basis frisch mit dabei. Jetzt kann er immer noch die Linge an einem anderen Ort mit den Ultras zusammen als die Mutas. Ab geht's inzwischen sind drauf. 3-3 Greener Glance. Und auch die Bio hat gleich 3-3 mit am Start. Hier nochmal eine Widow-Mein, die einfach eingeschlagen hat. Und es kommt ein Nidus-Network von Skullitz. Wir sehen tatsächlich mal ein Late-Game Nidus-Network. So selten das auch ist. Die Mitter-Bereins sind die ganze Armee hier. Und die Bio pusht auch mit ran. Und wir haben Greater Spire. Werden das noch mit unterwegs. Die Mutas gehen jetzt hier mit ran an diesen Starport. Und der Starport hat auch ein bisschen Probleme. Die Mutas sind aber auch angeschlagen. Liberator kommt hier immer dazu. Aber macht nicht so wirklich den Damage, um die Mutas loszuwerden. Die sind low, aber die sind noch nicht tot. Und somit können die nochmal wegfliegen und sich regenerieren und kommen hier auch weg. Der Starport hier wurde nochmal weggeflogen. Neue Missile-Turz-Worten gebaut. Skullitz-Worten hat hier eben die Ground-Army gesammelt. Nidus-Network ist ready. Und sie hat eben hier die Snowflot, um Nidus-Network zu setzen. Und auch hier die Snowflot. Also die nicht gesnipten Overlords könnten jetzt für Time wirklich ein Problem werden. Weil gerade in die Main-Base wären ziemlich Mise-Nidus. Vor allem mit Ultras. Stattdessen ist der Tarana gerade am pushen. Mit Widow-Minds, mit der Bio. Wieder mal der Creep ein bisschen im Schach halten. Hier unten hast du der Creep auch er so weit an der Basis angekommen, um die im Blick zu haben. Skullitz hat ihre Mutas in der Gegend. Es waren wieder die ersten Investoren gebaut. Wir sind bereits 14 Minuten im Game. Widow-Minds schießt nochmal ein paar Dinge aus dem Leben. Waren dafür aber auch gesnipet. Berlin-Klaus ist nämlich durch. Und hier drüben kommt ein Drop auf Basis Nummer 4. Aber man müsste ein bisschen frühzeitig ausladen. Und hier sind die Spock, oder? Okay. Das sollte nochmal irgendwie halten. In Time-Shift nochmal das Medik auch ein bisschen zur Seite. Hier gibt es ein paar Tore-Drones. Aber Scarlet fällt während des 9 in die fünfte Basis von Tarana. Es ist aber eine Perf auch mit dabei. Die Marauders sind auch zahlreich. Die Uli's sind nicht mehr alle bei bestem Zustand. Aber es kommt nochmal zwei Uli's von der Rückseite. Und tatsächlich die Mutas räumen die ganze Armee ab. Und die Uli's machen auch ihren Teil. Und somit die fünfte Basis wird komplett überrannt. Die sechste Basis, die im Bau war, geht auch dauernd. Darfst du geht hier jetzt nochmal auf die Hatchery? Die hat noch 200 Points, die versuchen wegzukalten vom Uli. Aber nein, der kriegt mit einem Schwung den Vierfach-Kill. Es sind aber trotzdem 15 Drones gestorben. Beide verlieren richtig viel Economy. Das sind es im Gleichstand, was die Wirke betrifft. 59 zu 59, aber eben Time. Hat ein wichtiges Command-Sinterflor und fliegt jetzt einfach seine Mainbase darüber, um da weiter meinen zu können. Damit ist das natürlich keine PF. Beide haben richtig viel Supply auch verloren. Und man sieht es hier, Scarlet ist jetzt gleich wieder auf dem Max-Out-Time. Es ist gerade immer von der 20. Es bleibt auch dringend in den weiteren Mineraline. Kriegt nochmal einen schönen Widom-Ein-Hit in die Mutas. Aber kann leider nicht nachsetzen. Wenn jetzt hier mehr und mehr Libreiter betreten, das fällt. Scarlet dront nochmal höher. Und wir hatten Mining-Technisch ja ein bisschen hin und her in den letzten paar Minuten. Scarlet hat aber generell im Überblick schon den Vorteil, was das Mining betrifft. Und wird auch wieder nach oben ziehen mit den Mehrwörtern, die sie hat und den zusätzlichen Basen. Und Time hat jetzt hier oben eine neue Basis. Die ist aber noch nicht so ganz ready. Die Mutas könnten sich darum kümmern. Haben sie ja auch vor, ein paar Einheiten sind weg. Aber da sind zu wenig Marines, also zu wenig Anti, um gegen Mutas zu bestehen. Die Mines können nochmal aushelfen. Aber trotzdem, die Mutas sind hier schon richtig nerfweg. Man sieht nochmal einen Stim. Aber die Mines sind halt wirklich nicht so viele. Die Mines müssen sich mit eingraben. Die Mutas war trotzdem, es geht nochmal zwei Mutas natürlich down. Und so viele Mutas sind es jetzt auch nicht mehr Scarlet. Holt sich trotzdem das Plus-3-Fly-Attacks. Natürlich, Buglots werden bald auch noch ein Thema. Aber momentan ist die Sork-Army hauptsächlich Ultralisken. Es gibt mehr Overseer. Die Mutas hier immer noch unterwegs. Die Mines versuchen hier zu nerven. Die Mutas werden eingegraben. Die Mutas werden gespinned. Da wird nochmal Mutas rausgesnippt. Aber die Mines gehen down. Und hier nochmal vielfach Bau an Missile-Turits. Wird aber nicht so ganz fertig momentan. Und die SD-Vs werden alle gesnippt. Time-Stick-Tino-Peinheiten raus, die nicht wirklich viel erreichen. Mutas könnte nochmal gut einschlagen. Fückt nochmal einige Linge. Ein bisschen über ein Liberator-Kreisel mit Advanced Ballistics. Aber jetzt kommen auch mehr und mehr Corruptor mit aufs Feld. Mit Plus-3-Attack. Also Corruptor gleich mit vollem Attack-Upgrade. Die brauchen gar nicht so lange für die ganzen Liberator. Time-Wenderson. Er baut immer noch mehr Army-Supply. Baut jetzt aber auch Ghosts. Und man sieht es hier so nach und nach. Wird sich nach vorne geschoben. Mit dabei auch mit den Liberator. Und da kommt der Nydos. Jetzt hat Scarlet endlich mal die Nydos entdeckt. Dass sie den ja eigentlich das Netzwerk schon die ganze Zeit fertig hat. Und in der Mainbase ist halt nichts. Das könnte Time gleich richtig, richtig Probleme bereiten. In Wenderson, Scarlet auch hier unterwegs mit den Ullis treibt hier die Liberator zurück. Ich denke mal, bitte mal. Schaut ab, die Infestoren müssen auch vorsichtig sein. Der Nydos ist fertig, aber es ist noch nichts drin. Wo ist das Nydos-Network hier? Und was rennt gerade ran? Linge. In riesen Massen rennen da Linge mit rein. Aber das hat tatsächlich hier Time die Zeit gegeben, um sich um das Nydos-Network, um den Nydos-Warm zu kümmern. Er hat es gerade selber ein bisschen verplant. Hätte sie die Linge schon drin gehabt, hätte sie hier, glaube ich, easy die halbe Mainbase abräumen können. Wenn nicht sogar noch mehr. Jetzt wird stattdessen der Overlord hier gejagt. Und somit erschwindet die Möglichkeit schon mal für Nydos hier. Hier unten wäre er noch möglich. In der Netzspieler eventuell auch. Zwischen hat man auch da. Scarlet versucht einfach nur noch diese Miningbase hier zu bedrängen. Diese wichtige fünfte Basis, sechste Basis steht hier oben als PF. Aber da minnt noch nicht viel. Die STVs stehen untätig rum. Warten jetzt an die Arbeit endlich geschickt. Weil Time braucht dringend mehr Minerals. Er hat Gas. Er braucht dringend Mineralien. Scarlet spank mir in dessen. Ist schon ganz ordentlich. Sie können auf jeden Fall ordentlich was nachbauen. Sie müsst ihr auch Larven dafür haben. 47. Das reicht auf jeden Fall. Weil mit Ultralisken. Und ja, jetzt geht es hier rein. Scarlet rennt da mitten drauf und kriegt einfach nur Damage ab. Landet da auch ein Okay-Funkel. Aber die Liberator kriegen ein paar gute Shots auf die Ulys. So weiter geht es. Nächste Siege-Kreisel kommen. Nächste Liberator-Kreisel. Und Time-It schiebt sich doch einfach nach vorne. Kann Scarlet das Engagement-Crushen. Sie macht währenddessen neuen Nydos in der Main-Base mit einem Overseer, der gemacht wurde. Und dieses Mal sind Ultras da drin. Diesmal sind Einheiten da drin. Wenn das nicht geht. Hier aber schon das Engagement voll zur Sache. Die Liberator schießen gegen die ganzen Corruptor. Aber die nehmen die jetzt momentan easy raus. Leute, wieder platzen sie. Platzieren sich hier. Die Ghosts werden jetzt aber gejagt von Lingen und Banning die Ghosts einfach. Es wird nochmal vier Ghosts gesaved von den Medivacs. Aber trotzdem, da ist noch so viel in der Luft. Und Time wird einfach ziemlich krass abgeräumt. Wer dessen stirbt, kann es in der Main-Base weg. Und Scarlet mit diesem Move, sie nimmt den Fight ziemlich gut und räumt währenddessen gerade die Main-Base ab. Wenn wir nochmal kurz heranspringen an die schöne Sicht, was da alles gerade in die Main-Base rausgekommen ist. Ja, der Oli ist ein paar Länge. Und damit, der Time kriegt damit auch keinen Lingen-Force mehr von dem Stick aufs Feld. Er kriegt hier im Fight einfach die Ghosts. Kommen nicht dran, können nicht wirklich snipen. Die Liberator waren alle im Fight mit den Corruptor verwickelt. Waren nicht auf Anti-Ground gestellt. Das heißt, die Ghosts wurden nicht wirklich groß beschützt. Waren jetzt gerade einfach abgeräumt, währenddessen stirbt. Und man sieht, wie schnell so eine Barrax auch dauernd ist mit zwei Odis, die einfach eher dran rumsäbeln. Dauert nicht lange. Und somit stürzt auch gerade die ganze Karaktion weg. Die Main-Base, das macht der Time auch gerade. Und da kommt eben dann auch das GG. Und ich habe es gerade geschafft, genau zwischen dem Moment zwischen GG und Time verlässt das Spiel zu pausieren. Das muss man auch noch schaffen. Ja, somit ist es am Ende in 2 zu 1. Nochmal 18 Minuten in der dritten Map hier. mit Bio gegen Link-Baining, Buta und dann Ultras mit ein paar Investoren mit drin. Aber Scarlet auf jeden Fall hier hat am Ende doch die Fights viel besser genommen. Hat die Bank dahinter. Time's Economy ist jetzt auch nicht so mega prickelnd. Ich meine, es geht gerade aktuell, aber man sieht Scarlet immer noch den Vorteil da. Und es ist einfach, das ist das Problem. Er hat den Fight richtig rapide verloren. Und seine Production wird gerade gecampt. Das heißt, er würde nicht nochmal so eine Army einfach so aufstellen können. Weil alles, was hier rauskommt, wird sofort von den Ullis abgefarmt. Und ja, da können auch die ganzen Einheiten, die hier stehen, kann man auch easy einfach als Studiosnetzwerk reinschieben. Ist nicht so weit weg. Und dann reinfrfrachten in die Mainbase. Somit gibt es nicht Time hier geschlagen. Scarlet macht ein schönes Match. Schönes TVZ nochmal. Ja, TVZ delivered momentan wirklich richtig gut. Jo, und das war Spiel Nummer 11. Als nächstes geht es in die Playoff-Phase der WCS Amerika. WCS Winter Amerika. Das sind Best of Fives. Und da starten wir. Ich spoiler jetzt einfach mal die ganzen Ergebnisse. Ich meine, das ist jetzt auch okay. Die WCS Winter ist auch schon ein bisschen her. Muss es nur kurz hersuchen. Moment, ich habe den Tab gerade nicht da. Und der WCS Winter Amerika ist ein... Es ist quasi ein Aufst... Es ist ein King of the Hill. Also quasi der Spieler mit dem besten Map-Score wartet im letzten Match. Und danach wird er mal absteigend von Platz 1 bis Platz 6. Platz 7 und 18 ausgeschieden. Und das erste Match, das wir haben werden, wird Cem gegen Astraea. Und im nächsten Game wartet dann Masa. Und ja, das kommt dann als nächstes. Das sind dann die 6 Matches. Das sind alles Best of Fives. Und das Finale ist ein Best of Seven. Und danach gehen wir zu Europa. Jo, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.